Und das hier geht, glaube ich, im Zyklus schneller. So, ich mach wieder Tag. Ja, Dom Tendo ist halt schon reich, ne? Der hat's geschafft. Ich würde mich freuen, wenn ich's auch irgendwann schaffen würde. Wenn ich davon irgendwann leben würde oder könnte, wär geil. Würde ich mich sehr freuen. Und dann kann ich auch mehr Content machen. Das wär super. Da würde ich mich sehr freuen. So, äh, der Erbsentypi war hier hinten in der Ecke. Babababam. So, ich hab Soundtrack von World of Go gefunden. Habe aber keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Kennt das jemand? Ist für wie? World of Go. Sagt mir leider nix. Wo man Schleimkugeln zu einer Röhre bringen muss. Okay. Was zur Hölle? So, 40 Rubine. 50 Rubine. Dann einmal 60 Rubine. Mist, für die letzte fehlt mir, äh, für 70 fehlt mir ein bisschen was. Äh, okay, ich darf hier kein Schwert benutzen. Kommt, da ist ein bisschen Geld drin, oder? Die Magie. Magie? Mani. Yay. So. Zack. Ah. Wäre aber was, wenn man anstatt Scooties Scooter sammeln muss. Ich geh mal kurz in allen Bekannten, was? An allen Banken der Stadt vorbeischauen. Danach kannst du dann, okay. Die Tresoren sind geleert. Alles klar. Okay, wir haben jetzt nochmal vier Stück, glaube ich, ne? Ja. Damit können wir ein bisschen was machen. So. Und dann würde ich sagen... Du, 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 du. Ich muss dazu sagen, sehr viele Controller von Japan Reise mitgebracht und importiert auch viele. Also, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mit dem Pro Controller bis jetzt die beste Erfahrung gemacht. Den mit dem normalen Standard schwarzen Ding hier. Für 60 Euro, glaube ich, oder 70. Die halten bei mir ewig, die haben keinen Drift. Alles super. Und ich hab mir jetzt hier schon mal den von Zelda für 30 Euro gekauft, den man halt nur mit dem Kabel verbinden kann. Und der hatte halt sofort nach zwei Tagen war es vorbei. Und ich geh eigentlich echt gut mit meinen Sachen rum. Deswegen, äh, ich glaube, wenn ich mir sowas kaufen würde, dann würde ich es auch eher eingepackt lassen demnächst. Und die Eva, die ballert wieder eine Mitgliedschaft raus. Hey, dankeschön. Und Sydney, herzbekommen. Cool. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal in den Wald. Danke, Eva. Möchte Eva drehen? Hat sie Bock zu turnarounden? Es wäre doch schön, wenn man einen Randomizer macht, wo man alle Schooltees und Herzen braucht. Also, ähm, ich habe zwar einen gemacht, oder mir wurde einer gemacht, wo ich zwar das nicht brauche, aber ich hab bis jetzt halt immer alles eingesammelt, Marcel. Ich hab das nicht gebraucht, aber ich hab immer alles completed. Also, theoretisch ist es ja so. Ich hab in den letzten zwei Randomizern immer alles completed gemacht bei meinen Ocarina of Time Dingern. Da hatte ich immer 100%. Damit du dein Schwert wieder nutzen kannst. Okay, dann turnaround ich mal. Nutzen tue ich nur den Standard Pro Controller. Keine Verbraucher-Items. Okay, er hat gesagt, hier ist jetzt noch eine Schooltee, oder? Ja, da oben. Okay, warte mal, komme ich da? Keine Verbrauch-Items, ist sowas wie Bogen und so. Ja, kann eklig sein. Wann komme ich da hoch irgendwie? Oder warte mal, das müsste auch so gehen, oder? Jo. Okay, ich kann mein Schwert wieder benutzen. Dankeschön, Eva. Den Tempel hatten wir fertig, oder? Da haben wir alles Cooltees, ne? Jo, geil. Der ist abgeschlossen. Da müssen wir nicht nochmal rein. Sehr schön. So. Wie sieht's denn aktuell aus? Lost Woods und Kokiri Forest sind beide noch nicht fertig. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Vergiss ich die doppelte Magie-Mittenleiste zu holen. Vergiss ich nicht? Mach ich da noch. Babababa. Hallo? Babababam. Hey. 3.000 PS1-Spiele. 3.000 PS1-Spiele. What the heck, Alter? Sterni. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Ich höre nochmal. Ich spanne nochmal die Lausche auf, ob hier irgendwo eine Scooby rumhängt. Jens, bis später. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass du da warst. So, hier ist glaube ich nix weiter erstmal. Aber Megatreve ist auch cool. Habe ich aber auch noch nie gespielt. Würde ich mir auch gerne mal holen. So. Pass auf. Ich gehe jetzt nochmal rein und wenn du mal wieder Tipps brauchst, musst du einfach auf die anderen hören. Oder ich gucke, ich gucke wieder deine Videos hinterher. Bis dann. Danke. Hier hatte ich jetzt keine Erbse gepflanzt, ne? Aber ich glaube, da oben gibt es das Kulti. Kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? War da oben eine Skulti drauf, Leute? Tut das, Zelda-Junge gibt ja den Megatreve-Mini. Uh. Ist der nicht so teuer? Warte mal. Ne, ist kein der Skulti. Okay. Also, alles richtig gemacht. Hier gibt es erstmal nix weiter. Ja. Wollen wir das Horror-Kit-Marshell smashen? Hallo, 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 hallo. Ich glaube, ich muss das mit dem Pfeil machen, oder? Haben wir die Megatreve-Version vom Ollifanten gekauft. Hier noch irgendwas? Nö. Okay, ich glaube, es wird interessant, noch alle Skultis zu finden. Also, ich wette mit euch, da, wo ich auf jeden Fall die Bohnen eingepflanzt habe, 155 Euro, das geht ja. Da, wo ich die Bohnen eingepflanzt habe, hier im Wald, wo der Masken-Ding ins Pups ist, da ist bestimmt das auch noch Skulti. Ah. Cool. So, 87. Da unten ist nix weiter, hoffe ich. Nein. Weiß einer von euch, wann es die nächste Belohnung gibt? Ich hätte jetzt mal einfach ab 100 gesagt, vielleicht ab 100 nochmal reingucken. So, hier können wir jetzt erstmal hochfliegen. Oh, da gibt's ne Herzteil. Ja, nice. Das nehmen wir natürlich auch mit. Schön. Aber ne Skulti gab's jetzt nicht, oder? Warte mal, ich laufe hier mal kurz außenrum. Mega Drive Mini 2 kostet mal eben das Doppelte. Oh. Oh, shit. Okay, hier ist nix weiter. Ich hätte gedacht, hier gibt's vielleicht noch Skulti. Gibt es aber nicht. Okay, dann haben wir doch aber schon fast alles hier, oder? Ich glaube dann... Sind wir durch. Jo, geil. Lost Wurz ist abgeschlossen. Schön. Geil. Dann, hier irgendwo muss auch noch ne Skulti sein. Da gibt's Kohle. Die können wir uns mal eben holen. Und allgemein, wir fahren jetzt sowieso ne schöne Runde durch die... Durch die City. Vielleicht sehen wir und hören wir noch irgendwo was. Ansonsten hol ich mir nur das Geld. Hm. So viel ist es leider nicht. Ja, jetzt hab ich irgendwie nichts gesehen gerade. Ist nie als Erwachsene drinne. Auch nix weiter. Die Musik vom Kokiri-Shop, die hab ich mega oft einfach so als Ohrwurm. Also, dass ich einfach mitten am Tag... Der Typ. Einfach mitten am Tag einfach anfangen, auf einmal diese Musik zu hören oder zu singen. Hab ich mega oft. Frage, kann ich eigentlich? Ne, geht nicht. Schade. Die Spiele sind das Teure an der Wii. Hm, Emulatoren kosten nix. Friendship löst das Problem. Es gibt für die Switch eine Spiele-Sammlung von Megatrive. Zum Download oder meint ihr diese Online-Version? Hier war jetzt auch keine Skulti. Wo hängt denn hier die letzte Skulti rum? Hier muss doch auch irgendwo sein. Meint ihr, die sind irgendwo in nem Haus drinne oder so? Der Baum ist echt zu, ja. Mehr als 100 Skultis. Hm. Amazon verkauft es für 30 Euro. Ich hab keine Ahnung wie. Aha. Aha. Das ist auch geil. So, hier ist auch keine Skulti. Wo ist denn die letzte Skulti? Hier müsste doch irgendwo noch ne Skulti sein. Hä? Stanley hatte damals bei einem, bei einer, was? Bei meiner einen Friendship drin. Hier ist auch nix. Aber Hundi ist da. Wenigstens Hundi ist da. Dü, 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 dü. Hä? Habt ihr noch irgendwo Ideen, wo ein Skulti sein könnte? Also als Erwachsener kann ich ja jetzt hier nicht mehr rein. Oder hab ich doch als junger Link was übersehen? Ist hier vielleicht noch was drinne? Ne. Ich werd hier nur von der Seite weggepoppt. Hilfe. Danke Chris. Windbeutel wären auch geil. Jetzt als Mal. Windbeutel? Joa, Windbeutel sind geil. Hä? Keine Ahnung. Wo sollen die letzte Skulti sein? Mann. Ich bin jetzt einmal überall lang gegangen. Sind die Mumien als Magie sammeln dort gedacht? Keine Ahnung. Die haben sich einfach hier niedergelassen. Die haben ihre eigene Adresse angegeben. Also das ist alles geregelt vom, äh, von der Wohnbehörde. Alles abgenommen. Das passt alles soweit. Die erfreuen sich hier. Warte mal, der Baum. Der Baum ist es. Der war vorher nicht da. Ich räume mich jetzt gegen den Baum und dann geht's. Schade. Hätte er sein können. Oder ich muss hier... Vielleicht... Den spielen? Ansonsten keine Ahnung, wo ich noch gucken soll. Das geht auch nicht. Hallo, Holy Goddess. What geht? Was für eine Wohnbehörde. Na ja, hier, äh, die Kukiri-Wohnbehörde kennt man doch, oder? Ja, Einwohner-Meldeamt, genau. Hey, wo ist die Skulti? Da oben vielleicht. Warte mal, warte mal. Da geh ich nochmal lang? Jeder von den Zombies hat ihre eigene Adresse. Hier ist auch nichts. Ich verstehe es nicht. Wo ist denn hier... Wo soll denn hier die letzte Skulti sein? Wir waren jetzt einmal überall. Ich hab nur eine Idee noch. Vielleicht hat das vorhin hier nicht geklappt. Mit der Skulti. Kann es sein, dass da irgendwie was schiefgegangen ist? Als ich meine Käfer rein hab? Das wäre vielleicht die einzige Option, die ich jetzt gerade noch im Hinterkopf habe. Ansonsten seh ich hier nämlich nichts mehr. Es geht nix. Es sitzt. Muss doch mal wieder einen Livestream gucken. Hey, super. Endet aber leider gleich. Also so, keine Ahnung, 10, 20 Minuten, dann ist es leider rum schon. Du, 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 du. Plus 15 bis jetzt, oder? Ja. Familienfütterung ging leider vor. Familienfütterung. Was? Ich dachte schon, die Gyptos bekommen jetzt meine Pizza. Hm. Oh, so eine schöne Pizza. Oh. Nee, keine 15 Stunden. Bono in cupo. San Yalo. Schön, dass du da bist. Was geht? Ich hole mir jetzt nochmal ein paar Käfer und gucken wir mal, ob ich da jetzt irgendwie was, ja, ob das schiefgelaufen ist da bei den Käfern. Das ist jetzt gerade so das Einzige, was mir noch einfällt, was sein könnte. Ansonsten habe ich eigentlich schön alles erkundet und abgesucht. Das ist jetzt so mein einziger Hintergedanke. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann auf jeden Fall auch erstmal Schluss. Also so, so lange ist es ja eh nicht mehr. Und im nächsten Stream machen wir auf jeden Fall den Feuertempel dann. So, habe ich gerade Käfer? Oder muss ich nochmal welche holen? Nee, ich habe welche. Nein. Wir hatten schon gesagt, Flascheninhalte gelten nicht dafür. Na gut, ist ein Verbrauch-Item. Ist okay. Ja, tatsächlich. Hä, wie dumm. Vorhin hat es doch... Egal. Ich sage nichts. Okay, wir sind bei 20 Minuten. Ihr habt gewonnen. Käfer sind Verbrauch-Item. Ähm, haben wir denn jetzt wenigstens alle Scooties? Immer noch nicht. Hier, wo soll denn nochmal sein? Hä? Ja Leute, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Wo soll denn hier nochmal ein Scootie sein? Ich denke 50 Stunden haben wir das Spiel durch. Meinst du? Hm. Ähm, also es geht jetzt allein um Kokiri Forest. Also allein um das Dorf hier. Holy Gottes. Ähm, die Lost Woods habe ich schon durch. Lost Woods sind abgeschlossen. Also hier Kokiri Forest. Lost Woods ist noch, äh, ist fertig. Kokiri Forest ist noch offen. Ich weiß aber nicht, äh, wo. Jetzt hast du geklungen wie der Erbsenverkäufer. Wie? Hä? Wieso habe ich geklungen wie der Erbsenverkäufer? Was? Oh Gott, das ist ja ein Hack. Ich habe es vergessen. Ja. Der hackt was aus hier, der Hack. Eigentlich schon. Oh, warte. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Ah, ich habe sie. Okay, das ist mies versteckt da oben. Ähm, ja. Habe ich es? Nö. Hallo? Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.